Hallo, herzlich willkommen heute bei meinem Bastelvideo. Diesen bauen wir Solanetzstecker zusammen. Für meine Solaranlage. Wollte ich jetzt drüben, weil ich ein bisschen älter bin. Haben wir das nicht mehr nach hinten? Um das dann nachher bei meiner Solaranlage zu fixieren. Noch heiß, noch heiß genug? Ja, er ist heiß genug. Heiß genug. Ich würde nicht mit aufgreifen, wie es ja schon. Also Leute, der echt heiß ist. Ich würde nicht mit aufgreifen, wie es ja schon. Verschwindfliege. Sonst, sonst, sonst verbeine ich die mit dem Lötkolben. Hehehe. ... Mal sehen Sie. Where Owen denen. ... Wлин, ... Da habe ich nicht viel Blödsinn, dann wäre es gescheit, dass ich es mit Blödsinn mache. Ich würde mich hier rum krammen. Ich würde mich hier rum krammen. Ich würde mich hier rum krammen. Ich glaube, dass ich die Office vor der Anlage servieren. Den Motor tue ich hier dahinten. Dann gebe ich da her. Dann gebe ich den Motor rein. Ich werde nicht überhitzt. Ich werde nicht überhitzt. Ich sehe die kleine. Kann man auch. Ich werde nicht überhitzt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich brauche einen, was? Ja? Der ist bald alle der Lötzin. Der ist bald alle. Das ist auch ein bisschen. Der ist fixiert. Der ist fixiert. Die Erdung. Erdung. Die schwarze Kabel soll die Erde darstellen. Weil das System auch geerdet. Weiß nicht. Okay, wir essen bald. Okay, wir essen bald. Jetzt ist das Kabel ist. Jetzt ist das Kabel auch an. Jetzt geht's halb. Aua. Ja. 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 wird jetzt installiert, da irgendwo so, so hingepappt, so auf das Oberfach, so egal wie, oder da seitlich, da unten kommt die Leitung vom Wechsellechter. Die Leitung vom Wechsellechter soll natürlich so gehen, so oben. Das liegt dabei daher, das bleibt hier liegen, Akku Bohrer. Dabei ist es nicht im Betrieb, die Anlage. Da seht ihr die Anlage, die noch nicht im Betrieb ist, wisst ihr, die ist noch nicht im Betrieb, kommt erst in ein paar Wochen, im September werden die Sachen besorgt, die Batterie, die Batterie kommt da her, weil da sind drei Xe, da kommen die Batterien und die Batterie, der Regler, da drüber die Zellen. Also machen wir so, so, wofür soll ich machen, wofür soll ich. Dann machen wir wieder das da anschraufen, aber nur, da werden auch Sicherungen eingebaut, da werden Sicherungen, da, hier kommt noch eine Box hin, da und da kommt eine Box hin, die zweite, für 12 Volt. Für eine 5 Volt und 12 Volt Elektron. Heute ist ein schöner Tag, oder? Das war meine Solar-Batterie, meine Erd-Batterie, ehemalig. Er ist eigentlich nur 800 Millivolt. Habe ich das testet. Da ist der Trafo, da wird das isoliert, das ist die Batterie, das ist die Steckdose, die an der, hier ist schon für die Beleuchte, für den Baum hin. Ende, meine Freunde.